Für die Fans Ah, nice Yo, was geht Leute? Willkommen zurück zu Ah Nice Heute in einem sehr, sehr freshen Video Wir befinden uns gerade im Schwimmbad, die ihr sehen könnt Und wir haben sehr, sehr stramme Challenges für euch Leute Ich wollte es hier schon länger drehen, aber hat nicht geklappt Ich habe im Essen überall, in allen Schwimmbädern gefragt, ob ich da drehen darf Sie haben alle abgesagt, aber ich habe hier in St. Tönisch gefragt Meine Heimatstadt, mein Heimatdorf, wo ich herkomme Hier das H2O in St. Tönisch, habe ich gefragt Sie haben zugesagt Ein riesen Dankeschön, geht draußen das H2O, das wir hier drehen dürfen Ehrlich, sehr, sehr stramm Ich habe die unten verlinkt, Leute Geht alle auf deren Instagram Lasst ein Like da Sagt, dass es von Ah Nice kommt, weil die haben gegönnt Wisst ihr euch mal, wir müssen auch zurückgehen Wisst ihr euch mal? Yeah, yeah Auf jeden Fall Leute, das hier sind die Jungs, die mitmachen Wir haben heute mehrere Challenges vorbereitet Ich stelle die Jungs erstmal vor Kommt vorbei, let's go Hier haben wir Prinz Kannst du schwimmen, Bruder? Ja Kannst du schwimmen? Ja Was hast du für ein Abzeichen? Schwimmabzeichen Frankie Allstar Ja Wie geht's hier? Gut, gut Kannst du schwimmen? Ja Was hast du für ein Abzeichen? Nur so Papier Einbohren, einbohren Hier haben wir den Ones Kannst du schwimmen? Ja Was hast du für ein Abzeichen? Seepferdchen Seepferdchen, okay, das ist gut Hier haben wir King Junior Bist du ready? Ja, ich bin bereit Was hast du für ein Abzeichen? Bronze Bronze Okay Und dann hier der Leo Was hast du für ein Abzeichen? Silber Silber Ja, Leute, wie ihr gehört habt Die Jungs sind auf jeden Fall ready Wir können alle schwimmen Ich habe Seepferdchen Eine Frage habe ich für euch Könnt ihr schwimmen? Falls ja, was habt ihr für ein Abzeichen? Let's go Ready? Okay So Leute, kommen wir zu den Challenges Und zwar haben wir heute vier Challenges für euch vorbereitet Auf entspannen Erste Challenge Wettschwimmen Wer ist der Schnellste? Auf entspannen Zweite Challenge Körper Wer kann den schönsten Körper? Auf jeden Fall Dritte Challenge Machen wir Wer am längsten unter Wasser atmen kann Wer am längsten unter Wasser bleiben kann auf Chile Und die letzte Challenge Machen wir Turmspringen Wer macht den besten Trick? Auf entspannt, Leute Das sind die Challenges Seid auf jeden Fall heiß, Leute Was denkt ihr? Wer heute gewinnen wird Schreibt es uns in den Kommentaren Wir legen jetzt los Bis gleich Bis gleich Aos die Flexe Aos die Flexe Das war's. Das war's. Das ist nicht so einfach, ja? Das ist nicht so einfach. Ich dachte, ich kann das, aber das ist kompliziert. So Leute, kurz Prozess gemacht, ne Idee. Und ich war nicht vermied. Wir waren gut. Leute, ich habe mein Bestes gegeben, ja? Das war alles so einfach. Einfach besser als Sieger der ersten Runde. Junior, ne? Wer ist der zweite Platz? Der dritte Platz? Der vierte Platz? Ja. Okay, Leute, zweite Challenge. Wer macht den schönsten Körper von uns allen? Franky macht jetzt mit. Franky, was war los? Was war los, Bruder? Ich musste den hier besorgen, weißt du? Weißt du? Aber ich will der Beste. Wir haben ja auch zugänglich. Sechs Punkte. Fünf Punkte. Vier Punkte. Vier. Fünf Punkte. Vier Punkte. Weißt du? Zechs! 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 Achtung! Okay. 3, 2, 1. Action! 6 6 6 5 6 Plus 4 Ok? 3, 2, 1, action 4 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 2, 2, 2, 2, 2 plus! 7, 6, 7, 7, ja ich gebe 6. Leute, zweite Runde geht an Junior, das geht nicht, der gewinnt alles, das geht nicht! Jetzt dritte Challenge, wer am längsten unter Wasser bleiben kann, let's go! 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja ich gebe 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja ich gebe 6. Ciao! Oh Allah, ich habe mich nicht gelesen. Ich habe das so runter zu gehen, aber das habe ich so hochgeschoben. Ich habe das 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 so runter zu gehen, das ging aber nicht. So Leute, die dritte Runde hat Urnes geboren. Er hat einen Punkt, Junior hat zwei Punkte. Wir müssen Gas geben, ja wirklich. Schilke will Punkte sammeln. Auf Chillicht. Jetzt kommt die letzte Challenge, und zwar Turmspringen. der macht den krassesten Trick. Let's go! Fünf, 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 fünf? Sechs, 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 sechs. Sechs? Sieben, sieben. Sieben. Sieben, sieben. Sieben, sieben Kieler. Sieben! Sieben! Sieben. Sechs. W Wiki! Was wird das so hochge profesiert, oder? Das so kann ich dich einigen? Ich schaue hier bei faith nicht. Ja, am Start auf ist behavi. Das was alles 5割して. Ja, da sind alle. 6 6 6 6 6 6 plus 6 6 6 5 6 5 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 6 5 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 6 5 6 5 6 6 6 6 7 7 9 9 10 10